Was geht ab Deutschland? Es ist jetzt der Erker Street DJ. Es ist jetzt Samstag hier im Yolanda-Gebiet. Bei mir ist es jetzt halb 18 Uhr jetzt bei mir. Es ist der Vormittag. Und ich habe einen neuen Liedwunsch. Ich hatte auch einen Nachricht in meinem Facebook-Messenger. Er kommt aus Vincent Klink und er sagt in seinem Nachricht, Hallo Erik, wie geht's dir? Ich bin ein Fan von dir und habe ich auch einen Liedwunsch auf YouTube. Und zwar mit Künstler, ich glaube der Name ist Knorkator. Dieses Liedtitel ist Deutschland ist schön. Und er sagt auch, freue mich auf dein Antwort. So Vincent, ich sage ja, ich mag deinen Liedwunsch. Und wenn ich gehe nach Hause und ungefähr eine Stunde muss ich nach Arbeit zurückgehen, Pizza-Lieferung macht das am Samstag und Sonnstags. Aber jetzt, gehen wir einen Moment und ich mag dieses Lied für dich. Moment. Deutschland ist schön. Deutschland ist schön. Mit seinen schönen Flüssen, mit seinen schönen Seen. Deutschland ist schön. Deutschland ist schön. Mit seinen schönen Keller und seinen schönen Höhlen. Und die Fälder sind so schön. Und die Fälder sind so schön. Und die Fälder sind so schön. Und die Blumenbäste sind so schön. Wo die schönen Bäume stehen, kann man schön spazieren gehen. Und all die schönen Mädchen sehen so wunderwunderschön. Deutschland ist schön. Deutschland ist schön. Mit seinen schönen Flüssen und seinen schönen Seen. Deutschland ist schön. Deutschland ist schön. Mit seinen schönen Tellern und seinen schönen Höhlen. Ja, Winter ist so schön. Und im Frühling schmälzt sehr schön. Im Sommer kann man schön baden. Im Herbst, der Mann scheint sein lassen. Wir sind trockige Tomaten schön. Wir sind Sonne, wir sind Salaten schön. Das schmeckt der Schweinebraten schön. So wunderwunderschön. Ja, Deutschland ist schön. Deutschland ist schön. Mit seinen schönen Flüssen und seinen schönen Seen. Deutschland ist schön. Deutschland ist schön. Mit seinen schönen Kellern und seinen schönen Höhlen. Und in Bayern ist es schön. Und im Schwarzmann ist es schön. Und im Rheinland ist es schön. Und in der Heim ist es schön. Und in die Familie ist es schön. Und in Hessen ist es schön. Und in der Klipper von Wollman ist es schön. So wunderwunderschön. Ja. Und in der Düneburger Heide, ja da ist es schön, so wunderschön. Und in der letzten Ecke, der raus ist, was ich mit der von der polnischen Grenze, ja da ist es schön, so wunderschön. Und jetzt Vincent, hatte ich dein Lead-Budget jetzt fertig gemacht, ich komme ein bisschen später dieses Wochen mal zum Kanal, weil morgen muss ich auch 10 Stunden nach Arbeit gehen, so vielleicht heute Nacht, es kommt später, nicht so spät, vielleicht nach 11. Dezember vielleicht, aber gut an alle und alles, schöne Wochenende, tschüss.